Hallo Leute, es geht weiter mit Leon F. Kennedy und Ed Erwung bei Resident Evil 2. Na, die gucken sich dämlich an. Okay, ich muss immer daran denken, dass ich die Mauszeiger verstecke, damit er nicht den Weg ist. So, hier, man hört schon. Man hört die kommen. Oh, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Oh, wieder ein Terminator. Gut, dass die mitschießen. Alles, oder? Es müssen nur mehr sein. Ich sag gar nicht mehr. So, und hier ist der zweite Geheimnis. Acht Prozent. Wenn man den Zombie hier untersucht, findet man das hier. Das ist eine Verbesserung für die Schrotflinte. Das Ding ballert dann sowas von... ... von Brocken raus, ey. ... von Brocken raus. Was ist der? Oh, oh. Keine Munition mehr! Ich wusste, dass er aufsteht! Penner! So, jetzt haben wir wieder Platz! Bleib ruhig! Wir haben ein paar grüne Kräuter! Der Maschinengang ist leer! Gott sei Dank, die Waffe ist für den Arsch! Das ist ja die Pistole besser! Das ist auch cool, dass man hier Waffen verbessern kann! Die Pistole besser! Das ist ja schon verbessert! Da kann ich eine originale Pistole mehr! So, jetzt nehmen wir hier... Erstmal den Schlüssel weg! Nehmen wir hier erstmal eine Schrottflinte! Den Künstler gebraucht hast, den kann weg! So, jetzt haben wir die fette... Die fette Schrottflinte! Die fette Schrottflinte! Hier haben wir noch mehr Heilung! Also, was Heilung angeht, ist hier jede Menge! Munition ist auch jede Menge! Hier haben wir wieder Schrottflinte! Und eine Magnum-Munition! Und hier ist nochmal was zum Speichern! Aber Speichern ist was für Schwächlinge! Wir sind ja keine Hunter! Deswegen... Brauchen wir eine zu speichern! Da haben wir 16! Wir sind hier ein... Das Ding auch rein! So! Los geht's! Gleich sehen wir den... den William Birken zum ersten... also zum zweiten Mal! Aber vorher haben wir nur die Hand von ihm gesehen! Nur das Auge! In der einen Zwischensequenz! Und gleich... sieht man den in voller Größe! sieht man den in voller Größe! Und gleich sind wir auch schon im Umbrella-Labor! Hier irgendwo war nur Munition! Ah! Ich wusste es doch! Hier den Schlüssel! wieder raus! Schlüssel benutzen! Und dann... Und dann haben wir einen Schall da drücken! Und dann haben wir einen Schall da drücken! Ajiro... ��oline... ¡A Variant! Hu! store... noch da verdrollen! tusk! Ah! hay da! wenn er mich umbringt ich habe ja nicht gespeichert muss alles wieder von neu aufnehmen das wäre scheiße der isa der isa ich habe ja jetzt hier verrecke Ah, verdammt. Ich glaub, das wird knapp. Verrecke! Nee. Schon verreckt. Du Lusche. Das war William Berg. Meine Freunde. Den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Das war's. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die die Branche nämlich noch die 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 Pistole mit jetzt müssen wir hier 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 ist noch was zu speichern dabei ich gucke immer sammeln die zeug zusammen und gucke immer wie oft ich speichern könnte 23 mal schon so erst müssen wir hier alles in gang bringen dafür braucht man eine sicherung das ist kein problem hier muss sie rein na sind die zombies hier ist nebel nebelig was zu heilen die heilung ist jede menge heilung hier ist die sicherung also nicht ganz mann jetzt wird die vollständige tolle hightech hightech roboter von 98 die hauptische die hauptische und muss man überlegen ob ich genug platz habe ob ich hier direkt weitermachen oder erstmal ein Stück zurückgehe ach komm mal her so jetzt es werde licht ne ich geh erstmal zurück ich hab hier ein bisschen zurück gespielt weil gleich gibt es wieder eine neue Waffe ja die kommen hier natürlich die nackten zombies wie im ersten Teil auch kein problem ich hab genug für euch muss alles weg wie viel habe ich noch 3 3 Schuss und der hier der kriegt was ganz gutes ja ach ich mag es zombies umzubringen ist viel besser wie wegzulaufen wohl weglaufen bei Outlast war auch cool hier die ist weg da Pistole weg die Scheiße muss auch weg ja jetzt habe ich genug platz da steht Umbrella Labor hier ist das Labor ein bisschen größer wenn man überlegt wie tief das hier unten geht wie da unten geht dann ist das ganz klar ein bisschen größer so hier in dem Raum muss ich mal einen Schnitt machen ist keiner ne ist keiner so wir sehen uns gleich wieder